Kommen zurück zu Let's Play Lufia 2 und ja, ich bin hier schon mal zum Punkt gelaufen um ein bisschen Zeit zu sparen und weiß ich, was für ein geheimnisvoller Mann hier ist Och nö, oder? Ich bin so früh da hier gelaufen, ich soll irgendeine Dachpappe von Personen anreden Nee, verdammt, egal Glaub ich noch zurück Stiere Virale Das ist übrigens diese komische Biene da Das kaffst du mal so nichts dabei Wie gesagt, ich will hier ab und zu durchwechseln, da gab's io Hey, weiter So, ist man Schief, mein Takki Das sind wir schon wieder drei Wir flüchten Yeah Ey, ob Lexus Ja, ich bin aufüиксischer Mach du Hey, wirklich Gedanken Toll in welchem schien der wixer muss man reden das beikoch ich dachte alles wäre klar und jetzt soll ich diese zerflixe jubel besorgen ohne mich ich bin kein krieger ich denke nicht ich denke ich denke was denkt sich ich habe eine gute idee ich habe eine gute idee sauerkönig er seit ich bin hier oder er sieht aus wie er richtige krieger nein wer ist richtige kinder du scheinst gute augen zu haben nicht nur dass ich bin auch ein guter krieger mein name ist ich bin geil das sind wicke und miko seladen und lexos ihr seid doch hier die jenige die gar ist bekämpft haben toll euch kennenzulernen sogar hier redet man von uns erde etwas von kämpfern und kämpfer steht von euren taten gehört wisst ihr etwas über den typen der auf dem nordsturm gelandet ist auf den nordturm ist jemand gelandet ja seit seinem erscheinen tauchen die monster in horten auf miko das könnte ja das könnte einer der höllen fürsten sein nach dem arsch höllen fürsten es gibt drei weitere höllen fürste die genauso stark wie gar das sind was wenn das wirklich stimmt dann ja das würde bedeuten dass diese reich sich in großer gefahr findet okay ich werde mir den nordostturm die wesen im turm sind sehr stark du kannst dir gar nicht vorstellen wie stark ich werde sowieso in den nordostturm gehen ich habe dort etwas zu erledigen was meinst du ich soll den juwel aus dem turm holen und du hast den zugestimmt was dem zugestimmt damit unsere prinzessin wieder glücklich wird ich muss jetzt gehen bis später jungs das geht zu diesem großen wahnsinnigen penner in der herren der zeigte der wahrscheinlich ist reinrennen wird das ist meinst du aus hier den gänsemarsch was da ist der waschen der hollerie faller wer hat an der uhr gedreht ist es wirklich schon so dreht wie spät meuchelmörder nerven mich die können mich doch kreuzweise nicht scheiße ich soll da aufhören zu räumen jeeea ja ne du oh nicht mehr verschlossen oh schon wieder so ein hässlicher kopf wirst du wirst du nee so ein wildschwein oder sowas geh weg ich bin jetzt das naja faszinierend ziehe ich mal ein wildschwein herumrennen was zur hölle ähm ich glaube ich sollte hier erstmal ein bisschen Lufträume rein ich mache einen kleinen Cut bis gleich soweit bin ich wieder und ja im raum war irgendwie nichts da war ich mir nur alli galli daher komme ich mir da schon ein bisschen verarsch vor egal kann man das gucken ja das war der raum da auch irgendwie nicht weiter ging ja schon mal tiefer wieder ich mich doch her da muss man ah wir haben es gelöst wir werden nicht hier ist genau das ist wir haben wir haben das das wir haben fasziniert was soll jetzt soll ich eine bumme drauflegen oder was oder Ja? Ja? Hammer? Ein, ein, ein Ah, ah ja Was soll denn der schi**? Oh, da ist noch eine Tür, he he. Dum, 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 dum. Ja, wenn ich mich auch warten soll, he he he. Oh nein, oh nein. Oh nein, wer schwarnt übel in seine Kiste. Juhu, Nuvele, da weißt du was dir gut ist. Und jetzt auf, keine Ahnung. Yeah. Der Rollstuhl ist eigentlich schon. Okay, hier. Und das jetzt geht alles, despublieg. Ja, da ist so... Oh nein, ich warte. Ich war auch immer was. Geil, er ist hier. Ah, jetzt geht es auf einmal. gescheuert hey geschafft muss ich nur irgendwie nach unten kommen nein, das hat Fehler amt geh drauf geh drauf ich pack's nicht ich hab jetzt fein mal hintereinander gemacht meine Fresse ach, jetzt geht's auf einmal ich bin da ohne nein nein aha, geschafft! was sind das für Bastarde! ja, natürlich! wie oft kommen die noch hintereinander ran? was sind das für Assis? ey, fickt euch ins Knie! heilen, heilen, heilen! ich hab uns auch teilen! ey, was soll der Scheiß wieso ist er nicht in Optionen reingegangen? oh Gott, es gibt einen ewigen Fehl wenn ich mich brauche, Mann Gott sei Dank, los, 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 los MEINE Fresse, was war das? so, wiederbelebt, schnell stärken alle in der stärken alle ho das rief ja richtig schnell einmal yes gutball mal das ist wirklich ein was soll was ist ja la nicht schon wieder ich doch verarschen oder Meine Fresse, was soll der Scheiß Ey, noch nie so einen Haufen Scheiß erlebt Mein Gott Das lebt wieder alle Alter, das kann nicht sein, was die Vasi-Ansage gebraucht haben So, hoch mal in den Haufen jetzt Vielleicht hat C-Lat auch gereicht, aber... ne, nicht gereicht Ey, ist unfassbar, was die alles auszahlen hier Was sind die ausgebrochen? Lass du n' da bohren, der war natürlich wieder ab, die Fallgesau Die geben euch mal gute XP Spannst du schon Der hat sich immer noch so wenig ab, ey. Oh, das ist schwer. Ah! Geiler Fockier-Effekt. Boah, ey, ich fasse es nicht. Was haben wir jetzt auf einmal alles drauf? Ich brauche so eine massen-tolle Attacke irgendwie. Die wäre jetzt ganz gut. Drauf. Was, die greifen sich gegen seine Nieren? Da habe ich gerade gestielt. Dumm, 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 dumm. Oh, oh, oh. Was, ich mich nur ganz oben? Äääääh! Ääääh! Ich habe den verfekten Schlüssel vergessen. Ich musste irgendeinen Haken, wo muss ich ihn noch geben? Nein! Nervt mich nix. Nervt mich nix. Nervt mich nix. Geschockt! Geh weg! Raus! Geschafft! Da links... Da links hat keine Tür... Hier, ich möchte ja raus... Nein! Oh, also... War egal... Nee, das war nicht das, was ich machen wollte... So, treffe runter... Hm... Okay... Geht noch ein Schalter vom Weg... Ich versteh nicht so ganz, ob ich es richtig mache... Gehen wir es mal aus... Ja, das ist eigentlich gar nicht so gut auf dem Weg... Hä, ich hab mich schnell umgelegt, was ist denn jetzt los? Ah! Okay... Irgendwie jetzt nicht mit dem 10 hoch Schalter umlegen... Oh nein... Oh ja... Das ist los! Ja, ganz was! Auf jeden Fall! Nee, geh weg! Nein... das war auch immer ist oder es hat das ist so bleibt auch nach dem Weg sind Nein! Weil ich das auch noch... Aber ich... ... in der Tür wohl nicht so sagen. Nee, du Hals. Nee. Chaos-Bung, Chaos-Bung. Ein Bung. Mal sehen, ob's was klingt. Ja, nirgends. Ja, nirgends. Ich saue dir gleich wieder ab. Nein, es ist nicht normal. Mal auf Glas. Hat leider nicht gereicht. Ja, nirgends. Ach, nirgends. Jetzt sind's Ninja. Ähm. Gliberfinger. Aufwärts. Burn! Nee, das ist immer noch. Fuck, das ist nicht. Soll es sein, wenigstens. Hallo, Grani. Hallo, geht's noch? Die haben jetzt vielmehr in den anderen angegriffen, oder was? Ja. Toten. Halt! Ist doch. So, hier. Oh, nein. Nein. Warum gibt's so viele von denen? Ey. Ich wollte schon sagen. Die sind verfickter. Krieg der Attacke. Ich mach euch so fettig. Na toll. Was war das für eine Tor-Attacke? Kann ich mal den Hasen geben, oder was? Was? Meine Fresse, ey. Ich schieb das Hüter gleich. Ey. Goddammit, ey. Wieso stirbt der Wichs ja schon wieder? Wieso hat das für mich AP? Wieso hat man eigentlich so viel Schaden, verdammt nochmal? Wieso hat das für mich? Sag ich ja nicht mal Pumpe oder Bumpe oder wie sowas. Wieso? Naja. Ich geh wieder auf. Irgendwas. Ich weiß. Ich sag ja nicht mal Pumpe oder Pumpebär oder wie sowas. es geht hier aus das beschämt mich eigentlich nur wenig sie lernt nicht grad viel mehr als nächstes was zum ok Also wahrscheinlich alle Blatten ablaufen, dass sie sich richtig färben und dann durch die Türen. Die Frage ist schon hier. Geil, ich bin falsch. Ach so. Okay, nimm mal raus. Geht so unglaublich. Klacke. Krass. Ich bin fast. Ich bin fast. Ich bin fast. Okay, ich bin fast. Ich verlaube ich nicht, aber das könnte es nicht. Ich verlaube ich nicht. Ich verlaube ich es nicht. Ah! So geht's auch! Da leiden wir halt geschafft, umschlussend. Jawoll. So, ich mach hier mal einen kleinen Cut. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.